Ich bin zurück! Wo warst du, Kind? Ich bin sehr müde. Margaret! Wo ist deine Schwester? Der Krieg gegen Deutschland ist zu Ende. Heute feiert Europa seinen Sieg. Heute ist doch ein ganz besonderer Tag und seit sechs Jahren leben wir hier quasi wie in einem Kloster. Lilibet und ich wollen uns unter das Volk mischen. Das können wir nicht zulassen. Eines Tages, Elisabeth, wirst du Königin sein. Das weiß ich, Mami, aber Margaret und ich haben auch ein Recht zu feiern. Lass sie gehen. Das ist vielleicht eure einzige Chance im Leben. Wir gehen aus. Inkognito. Wäre das Diadem nicht etwas zu verräterisch, Lem? Ja. Captain Price und Lieutenant Burridge werden eure Aufpasser sein. Unsere Aufpasser? Sie begleiten euch zum Ritz und weichen euch nicht von der Seite. Hey, Harry. Gönnen wir uns ein kleines Stückchen, Sir. Zwei bitte. Komm, Lilibet. Margaret! Wie hält man denn den Bus an? Einfach drücken. Lizzie. Jack. Wohin jetzt? Zur Chelsea-Kaserne? Trafalgar Square? Soho? Tears? Heute Abend haben wir das Sagen. Wir könnten tanzen gehen. Hallo. Mami wird stinkwütend sein. Wo sind sie? Wir müssen einen Suchtrupp los schicken. Lassen Sie ihn sofort los! Wer sind Sie denn? Prinzessin Elizabeth. Prinzessin? Sie haben mich die ganze Nacht belogen. Heute hat es niemanden interessiert, wer ich wirklich bin. Ohne sie hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, ein ganz gewöhnliches Mädchen zu sein. In der außergewöhnlichsten Nacht meines Lebens. Lilibet wird auf Sie achtgeben. Das hoffe ich. Ich dachte immer, eine Prinzessin hat alles, was man sich so wünscht. Was ist, wenn ich mir was ganz anderes wünsche? Ich frage mich, ob die Menschen schon begriffen haben, was für eine ganz andere Welt sie erwartet. Lilibet-Welt. Ach übrigens, was genau geschieht in einem Bordell? Willkommen, James. Unsere Wege haben sich so oft gekreuzt, aber du hast mich nie gesehen. Was hat denn so lange gedauert? Was hat denn so lange gedauert?